Und nicht Schoppe! Vielen Dank, dass wir da sein dürfen! Ja, das ist wirklich so. Also, ich meine, ich komme ja aus Halberstadt und wenn ich früher zum Einkaufen nach Magdeburg gefahren bin, dann war das natürlich hier die erste Station. Und wir haben heute Fram-Stunden schon viele in Magdeburg gegeben. Das war schon immer eine punktgenaue Landung, aber ich glaube jetzt hier, es ist das erste Mal im City Carrier. Ich freue mich, dass wir uns hier an so einem schönen Oktober-Sonntag treffen. 2. Oktober. Gestern Abend waren wir noch bei Carmen Nebel und es kam eine wunderbare Spendensumme zusammen, denn für mich ist es eine Herzensangelegenheit, mich seit zwei Jahren für die Deutsche Krebshilfe zu engagieren. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass da alle auch ihr Herz gehört haben und gespendet haben. Und deshalb gibt es jetzt den Tietzong.